ARD Text im Auftrag von Funk 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 Die hat sich gerade von hinten an mich herangeschlichen. Oh, die Ketten. Ah, shit. Drache, hier bin ich. Ja! Mist. Das hat leider nicht funktioniert. Wo ist sie jetzt? Jetzt wieselt die da durch die Gegend. Ja, aber wirklich. Das kann ja wirklich nicht wahr sein, Mensch. Ich finde auch... Stopp! 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 Sie hatte nichts damit zu tun. Sie ist schwager. Gut. Abby... ... Oh, oh, oh. Komm mir nie wieder unter die Augen. Komm. 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 Was ist los? Alles gut. Ja, es ist okay. Alles gut. Wer ist der süße Junge? Ich finde das gut anscheinend. Ich habe die Spiegel-Effekte in dem Spiel auch schon bewundert. Ich finde die auch ziemlich gut. Hey, du magst diese Typen was? Die haben witzige Frisuren. Ich glaube, ich wüsste, wo die Küche ist. Aber können wir jetzt noch ein bisschen umschauen. Das ist eben besser wahrscheinlich. Was ist denn das? Tante Talia. Alles klar. Warum ist man da? Das verstehe ich nicht ganz. Ich finde, man hätte die Charaktere, die mit Ellie unterwegs sind, eben die Dina und auch den Jessie, am Anfang irgendwie ein bisschen mehr aufbauen müssen noch, oder? Ich meine, hier findet man jetzt ein Foto, dass die Dina Familie hat, okay. Aber da hätte man vielleicht am Anfang schon was machen sollen, weil irgendwie, finde ich, sind die underdeveloped. Hey, danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Wie wäre es mit Musik? Darf ich mich jetzt wirklich was aussuchen, oder müssen wir Crooked-Style nennen? Oder Crooked-Still? Wahrscheinlich. Wie soll ich das tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Oh, wow. Uff. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey. Ich glaub, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Leider blockiert dieser unüberwindbare Wäschekorb den Ausgang. Nein! Wo ist er? Wahrscheinlich auf dem Traktor. Willst du Luft schnappen? Olli, bist du's? Hey, Olli. Was machst du hier draußen? Schön festhalten. Ja, na also. Wunderschön, oder? Hey, weißt du was? Ich werd dir zeigen, wie mein Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr da und in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Endlich sagt's mal jemand. Ich dachte, ich bin der Einzige. Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Kartoffel, Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. Meine Kartoffel, meine Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. So ein großer Junge. Yeah, das ist mein Kumpel. Ja, Ferdahawk, es gibt viele Stellen, wo ich dachte, jetzt ist das Spiel aber zu Ende. Und dann kommt die nächste Stelle, wie eben jetzt hier, wo ich mir dachte, so ja, jetzt ist es zu Ende. Aber es kommt ja noch ein echt unerwartetes letztes Kapitel. Geh mir mal zum Mami. Mit dem ich nicht gerechnet hätte. Das auch nicht gerade wenig Umfang hat eigentlich. Aber gut. Bis, bis dahin. Also diese, diese Szene spielen wir heute definitiv noch fertig. Jetzt mittendrin aufhören, wäre doof. Aber den Rest heben wir uns dann für Donnerstag auf. Hey, schreiben wir dich dazu. Warum kriegt ihr zwei Buchstaben? Sind das gemein? Außerdem dachte ich, er heißt Kartoffelkind. Warum schreiben die dann JJ? In Kartoffeln kommt kein einziges JJ vor. Ich finde Kartoffeln sind gute. Ich würde meinen Baby Kartoffeln nennen. Ich finde das ist ein treffender Name für den Baby. Vor allem für ein deutsches Baby. Eine echte deutsche Kartoffel. Meine liebe Dina. Vielen Dank für deinen Brief und das Foto. JJ ist ja groß geworden. Das Lächeln hat er von Jesse. Wenn er noch mehr von ihm hat, na dann viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, euch zu besuchen. Mein Rücken macht wieder Schwierigkeiten, aber es wird schon besser. Der Doktor glaubt, dass ich noch ein paar Wochen Ruhe brauche. Ich komme sobald ich kann. Vielen Dank für die freundlichen Worte in deinem Brief. Es ist zwar offensichtlich, aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen. Jesse würde dir keine Vorwürfe machen. Und wir tun es auch nicht. Wir lieben dich. Du gehörst zu unserer Familie. Pass auf dich auf. Solltest du deine Meinung jemals ändern, haben wir hier in Jackson immer einen Platz für dich, Ellie und JJ. In Liebe, Robin. Für was JJ wohl steht? Jesse Joel. Das könnte sein, ne? Joel Jesse vielleicht. Oder Jesse Joel. Ich bleib bei Kartoffelkind. Braucht er seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Mehr? Sag, wenn ich aufhören soll. Soll ich aufhören? Okay. Es reicht. Im Ernst. Ich will mal mit mit Kartoffeln hier. Oh, guck mal. Ein Lämpchen. Okay. Willst du es streicheln? Hier. Okay. Also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Yeah. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruhe dich mal aus. Okay, hier. Na, also. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Psst. Ich bin der Superschäfer. Warum läuft das Lamm jetzt plötzlich weg? Der Essen wartet in der Scheune. Also. Kommt mit. Gerade war es noch so zutraulich. Scheunenzeit. Daisy. Rein da. Nee, ihr Schafe. Ah, es sind viele Schafe. Was meinst du, wie viele das sind? Zählen wir. Eins. Zwei. Ich hör lieber auf. Ich werd ganz müde. Eugene. Hey, hey. Rein. Rein. Ford. Na, Bewegung. Ach. Wir haben viel zu viele Schafe. Es erinnert mich ein bisschen dran, wenn ich abends die Katzen vom Balkon reinhole. Hey, wir haben ein bisschen, was meinst du? Leckerer Snack? Ist dir warm genug, Kumpel? Nur noch ein paar. Ich hab einen für dich. Wie heißt das leiseste Tier auf dem Hof? Schaf. Wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Fehlt noch eins? Hab ich eins vergessen? Hallo? Warum kann ich denn das Tor nicht zumachen? Hier auch keins? Ah, hört geht's. Brave Schafe. Hey. Wo kommst du her? Hallo, kleiner Freund. Ja! Okay. Okay, hab ein kleines. Hast du kein Nummer? Nein. 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 Jo! L受ke. Bitte nicht! Ah! 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 Hey. Ähm. Seh mich an. Alles gut. Du bist zuhause. Du bist zuhause. Atmen, atmen. Ich kann nicht. Okay. Ich nehm ihn, okay? Na komm. Komm her. Komm schon, Rosa. Pssst. Ist okay. Tut mir leid. Was? Ich weiß nicht was. Ich hab nur die. Ist okay. Na alles. Hey. Oh man. Alles gut. Wir hatten schon lange keine Aufregung mehr. Hm. 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 Mm.